Und herzlich willkommen bei Let's Play MW3 Joa, ich hab noch lange Zeit nicht mehr gespielt und jetzt ist das schon wieder Das immer bei der Aufnahme bleibt, ich seh das nicht wie weit das jetzt lädt Ich hab standbildchen, naja Oh, es geht los Ich hoffe, ich bin lauter als das Spiel, ich hab lange nicht mehr gespielt, wie funktioniert Und das drück als Doppel-W, um nach vorne zu kommen und es hat irgendwie nicht geklappt Ich will schon wieder Doppel-W drücken, ich weiß gar nicht, welches Spiel ist Doppel-W? Ja, okay, man merkt, dass ich eine längere Zeit nicht mehr gespielt habe Ach, Minecraft ist Doppel-W, gell, könnte hinkommen Das war sowas von klein Ich bin voll der Noob, ja, ich weiß Ah, wir können ja dabei Musik machen Kommt's ein bisschen lustiger rüber Dass wir nicht so abkacken hier So ein paar, also so ein Part geht über zwei Runden, ich schneide es dann immer zwischendurch raus Wenn Dings ist Pausenmenü Das gibt's doch nicht, ey Ich hab Wie lange hab ich denn nicht mehr gesuchtet, ey Alter, ich kack nur ab Ich glaub, ich lade es nicht hoch Das gibt's doch nicht Kameraden, wir verlieren den Krieg Haben wir so oder so Ich glaub, ich sollte bei Black Ops bleiben Oder es auf der Konsole zocken Was sowieso besser geht mit dem Controller Als jetzt hier mit dem Ding Äh, seh nix, seh nix Treppe, 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 jawoll, Treppe Ich meinte, hey, ho, alles im Griff Durch, durch mich Gewinn mir das Ding hier Uch, jetzt bin ich auf Steam gekommen Ja, sag ich doch Ich bin hier Pro-Gamer Ich versteh's nicht Wie kann man das so lange suchen Nein Immer von hinten, ihr Schweine Komm, G36 Ich weiß es doch Du lümmelst doch hier rum, du Lümmelsack Wie gewusst Und schon tot Gesern, Gesern Erwischt Ja, und ich auch Yay, Imba Ja, okay Klau mir doch meinen Kill Mann Ist er tot? Nein, der lebt noch gut Hallo Nein, nein Das ging grad so ab Nein, nein Ja, okay Das passt ein wenig so Komm zu Papa Das auch ein wenig Das auch nicht Okay, das passt Wann wie Müsste klappen Ich hoffe, das Video wird Zick Nur durch mich Yay Oh Mann Und wir sehen uns Gleich wieder Achso, mit Musik lädt das jetzt schneller Oder was Willst du mich verarschen Oh Mann So Und wieder zurück Ja Wie ihr wisst Im Ladebildschirm schon gesehen So Alles hier hinwerfen Hier hin Hier hin Und dann Da Da flackert es auch hier Da Lackt es auch hier Und ich bin lackend hier reingerannt Ich weiß Auch nicht Was das So Hier machen wir die Musik an Yeah Ich glaube ich sollte mir so eine MV3 Bläh 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 Ich hab jetzt etwas Gemischtes genommen Aber es passt auch gut an wie Achja Waffenwechsel Ich drücke mal an welche F-Tasten Gerade die ganze Zeit Ich weiß auch nicht warum Stirb, stirb, stirb Jawohl Nein Ich will wieder sterben Ich sterben Mal Da, 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 da Nein, nein Wo ist die Messertaste? Oh, okay Ah, eh Habste Komm her du Pisser Ich krieg dich Ich meinte Hey Hab dich bekommen Was? Wo? Nein, 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 nein Bunny hippen Yeah Umverspielen und hinlegen Jawohl Jawohl Bevor mich einer sieht Nein Er hat mich gesehen Er musste sterben dafür Und ich wurde weg Und ich wurde weggesniped Stirb, du Bastard Hey Ich meinte nicht, Bastard Also mit der Musik geht's Dam, 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 dam Und mit der Waffe natürlich Ey, Vorräte So gut war ich Den letzten zwei Sekunden Nicht mehr Ich glaub, das liegt alles Nur an der Musik Geht doch Das war so was von klar Hey, ho Ich hab ne Predator Los zum Einsatz Äh, das war die verkehrte Äh, Taste Sorry Angriff Ja, das ist Ich hätte ja messern können Aber dann Ich hätte messern sollen Wollt nicht schießen Gut Das war so was von klar Dass da einer liegen wird Guck, was du Der kann ganz ja auch Ich kann hier auch warten Guck, ich kann hier warten Ich kann hier Ich kann hier warten Nein, nein Bam, 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 bam Bam Nein, Predator Nicht auf mich Nicht auf mich Seh nichts mehr Alles rot hier Yay, meine gute Strähne ist vorbei Ich hab nur noch Vorräte Und die werde ich sicherlich eh nicht bekommen Also YOLO Ich hab wieder gesniped Warum? Ich bin beinahe von meiner eigenen Kiste erschlagen worden Geschütze auf vier Geschütze auf vier Oh, ne Niederlager Ernsthaft? Scheiß Camper Naja, wir sehen uns Und willkommen zurück Oder hab ich das nicht schon gesagt? Ach, keine Ahnung Ich bin gerade an Musik durch Zwitschen gewesen Und dann Darf ich Nächste Musik bitte? Es passt hier alles super Oh Mann Nein Scheiß Camper Scheiß Camper Scheiß Camper Ihr verdammten Camper Ich hätte erstmal testen sollen Ob Das auch was bringt Ja, ich geh aus meinem Haus Nein Predator Predator Das war irgendwie sowas von klar Wir gehen heute sterben Wir gehen sterben Sterben für unser Team Oh Mann Wir wechseln mal die Klasse Wir haben hier so eine beschissene Klasse Wir nehmen die P90 Weil ich auch die P90 so gut umgehen kann Nein Meine Reaktion ist gleich auf Null Ich hoffe, meine Stimme ist lauter als die Musik Wäre nicht gelitten Und die Aufnahmen habe ich völlig umsonst Und eine halbe Stunde umsonst aufgenommen Ja Eine halbe Stunde Ich habe nämlich davor schon was getestet Und das ging nicht Nein, nein, nein Du Scheiß Camper Du Scheiß Camper Du versuchst mich mit dem Tormack Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Nein, du kriegst mich mit dem Tormack Du hast mich gekriegt Vorräte leckt mich Ich brauche die nicht Die braucht keiner Nein, du Scheißlacker Wo kommen meine Vorräte an? Meine Vorräte 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 Meins Habe ich erwähnt, dass man Vorräte nicht braucht? Das war gelogen Da wurde einer weggesniped Von der Seite Ich war dabei Ich war dabei Guckst du, hä? Seh dich, seh dich, seh dich, seh dich Und krieg dich nicht Da, fress Guckst du jetzt, hä? Die Waffe hat so eine geile Zielgenauigkeit Also, ich könnte noch vorschlagen Was ich aufnehmen könnte Aber das zeitlich Da wird Wann und wie Keine Ahnung Da müsste ich mit Minecraft Oder mit Her Mit T Themen Bamba Keine Ahnung Ja, da müsste ich mit Minecraft Immer so Folgenpause machen Immer so zwei Tage das Zwei Tage dann das Weil zeitlich nicht genug Zeit da ist Ich noch Ausbildung habe Ich stehe dann Naja, vielleicht wechsle ich auch den Ausbildungsstandard Ich weiß noch nicht So wie es ergibt Wie ich vorankomme In meinem ganzen Leben Und was ist das für eine Beschissenkartmusik? Nein Ja, Mann Die Musik Stammt von einem DS-Spiel Tron to Life Äh, Tron Ähm, was mit Ach, was weiß ich Ja, ich Äh, ja Mein Englisch ist very good Ja Ich hab's vergessen Wie es heißt Das ist alles Wir Helden Wir gewinnen den Krieg Los, vorrücken Antake Und ich bin Stamm Wir sind die besten Kämpfer der Welt Und ich hau ab Nein Nein Bäm 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 Nein, nicht schon wieder in der Lage Wir sind so schlecht Was 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 Niemals Naja Und Abschluss Kein vorbei Abschluss Kein vorbei Eins, zwei, drei Los, los, los Quatsch Wir sehen uns bei der nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.